Filmhansa Filmhansa bringt Ihnen den Sensationsfilm 18 Kämpfer aus Bronze. Nach seinem Siegeszug durch den fernen Osten kommt einer der ungewöhnlichsten Kung-Fu-Filme jetzt zu Ihnen. Die Kampftechnik der Shaolin-Mönche war der unseren bisher stets überlegen. Aber mit Hilfe dieser 18 Bronzestatuen habe ich das Geheimnis ihrer tödlichen Fäuste gelöst. Ich selbst werde unsere besten Kämpfer darin unterweisen. Sobald Sie diese Technik beherrschen, greifen wir an. Und das Kloster wird dem Erdboden gleichgemacht. Bring die Männer her! Wenn die Roboter des Todes zum Kampf antreten, ist die Hölle los. Wer diesen unheimlichen Kampfmaschinen widerstehen kann, fürchtet keinen Gegner mehr. Verblüffende Tricks, verwegene Kämpfe und eine abenteuerliche Story machen diesen Film zu einem Leckerbissen für alle Freunde des harten Actionfilms. Achtzehn Kämpfer aus Bronze. Mehr als nur ein Shaolin-Film. Karta Wang, der neue Stern am Kung-Fu-Himmel, kämpft sich durch alle Stationen des Todes in einem Klasse-Film, den keiner versäumen darf. Achtzehn Kämpfer aus Bronze erwarten Sie in Kürze in diesem Kino. Schönenехter aus Bronze Untertitelung des ZDF, 2020